Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. Dieser Film ist der wohl unterschätzteste Film von Stanley Kubrick. Denn dieser Film ist, so muss man es sagen, ein Meisterwerk. Ein Film, der hochkomplex ist, der zugleich sehr, sehr geradlinig erzählt ist, der große Schauspieler hat. Und ein Film, der uns sehr, sehr viel über die Sexualität erzählt, wenn auch nicht wirklich erklärt. Oder er erklärt uns vor allem das Unerklärliche. Und ich glaube, dass dieser Film, der ja eine Literaturverfilmung ist von Arthur Schnitzlers Traumnovelle, heute mehr denn je ein Politikum ist. Und es ist wichtig, bei diesem Film chronologisch durchzugehen, um diesen Film wirklich aufzuschlüsseln. Es beginnt mit eben diesem wunderschönen Paar, das auch in Wirklichkeit ein Paar war, Nicole Kidman und Tom Cruise. Er ist ein erfolgreicher Arzt und sie sind nun eingeladen zu einem gesellschaftlichen Event am Abend, eine Abendgesellschaft. Und dort gibt es dann das erotische Gesellschaftsspiel zu erleben. Nicole Kidman, die flirtet mit Sky Dumont beim Tanzen. Währenddessen flirtet Tom Cruise mit zwei jungen Frauen. Und es ist so ein sich Bälle zu spielen. Es ist das Spiel der Geschlechter, kann man sagen. Es ist sehr konventionell alles gehalten. Zugleich aber wäre hier so etwas sehr Banales möglich. Also man könnte sagen, ja, wir führen eine offene Beziehung und deswegen vergnügt sich jetzt Nicole Kidman mit Sky Dumont und Tom Cruise mit den zwei Mädels. Es hätte alles nichts zu bedeuten. Der Film könnte jetzt eine banale Beziehungskiste werden. Kidman und Cruise kämen als Paar dabei nicht in Gefahr. Aber zugleich kommt da schon der Aspekt des Todes rein. Zumindest gibt es da einen Vorboten. Der sehr, sehr wichtige Mensch, der noch am Ende auftreten wird des Films ist Sidney Pollack. Er ist eine ganz wichtige Persönlichkeit in New York und er hat da Sex mit einer Prostituierten und die scheint fast zu sterben, weil sie eine Überdosis genommen hat. Und Tom Cruise hilft ihr, ein Stockwerk über dem ganzen Spektakel. Und dann ist man wieder zu Hause. Es gibt eine Sexszene zwischen Tom Cruise und Nicole Kidman, aber nur den Beginn. Und da ist schon etwas sehr eigenartig. Während Tom Cruise Nicole Kidman innig umarmt und in sie versunken ist, kann man sagen, da blickt Nicole Kidman in den Spiegel, betrachtet das Paar und betrachtet sich selbst. Cruise begreift, so stellt sich dann noch bald heraus, das weibliche Begehren nicht. Er hat alberne, evolutionäre Erklärungen parat. Er sagt, Männer sind so, Frauen sind so. Tatsächlich gibt es, und das werden wir auch in diesem Film sehen, Differenzen. Doch diese sind wesentlich komplizierter als das, was Tom Cruise da von sich gibt. Es erinnert eher an so ein Ying Yang an C.G. Jung oder das, was Jordan B. Peterson vertritt. Aber Stanley Kubrick ist ganz klar freudianisch angehaucht. Dann gibt es nämlich eine Erzählung von Nicole Kidman und sie sagt, dass sie da eine sexuelle Fantasie hatte. Sie waren doch verreist und in einem Hotel, da tauchte ein Marineoffizier auf und der blickte einmal nur kurz zu ihr rüber. Aber dieser Blick, sagt sie, nicht mehr. Dieser Blick sorgte dafür, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Und sie sagt, sie wäre bereit gewesen, alles für eine Nacht mit diesem Mann zu opfern. Alles. Ihren Mann, ihre Tochter, ihre gesamte Zukunft. Wir sollten dieses Alles, dieses Everything, das sollten wir wirklich ganz wörtlich nehmen. Hier geht es nicht einfach um einen Bruch mit Konventionen. Sie sagt hier nicht einfach, ich hätte gerne mal eine Affäre mit dem gehabt. Sie könnte ja Affären problemlos unterhalten. Sie sind dann in New Yorker High Society. Tagsüber ist der Mann die ganze Zeit nicht da. Alle Möglichkeiten bestehen. Aber was Kubrick hier artikulieren lässt, ist, es gibt in der Sexualität eine radikale Negation des Bestehenden. Eine Negation, die einen selbst fast zerstören kann. Und diese Anekdote endet dann damit, dass sie danach dann mit Tom Cruise viel besser parat kam. Also es war eine Liebe, die traurig und zärtlich war. Das heißt, Liebe und Sexualität werden hier quasi getrennt, weil diese Liebe dann nicht mehr sexualisiert ist. Es kommt aber dann zu einem Anruf. Tom Cruise als Arzt, der fährt da von einem Tod eines Patienten. Er steigt ins Auto und fährt dann los. In seiner Fantasie tauchen Schwarz-Weiß-Bilder auf. Wie hätte das dann wohl ausgesehen, wenn meine Frau mit dem Marineoffizier geschlafen hätte? Aber es gibt eigentlich in diesen Bildern nichts zu sehen. Er kann nicht genau fassen in seiner Fantasie, was Nicole Kidman da beschrieben hat. Die Negation ist eigentlich nicht darstellbar, die in dieser Sexualität liegt. Cruise bricht nun auf, um sein sexuelles Begehren zu suchen. Das verfolgen wir den ganzen Film über. Aber wo tut er das? Wo nur kann man etwas so Intensives erleben, wie das, was meine Frau mir gerade geschildert hat mit dem Marineoffizier? Die erste Station führt ihn eben zu dem Sterbefall. Eine nicht so schöne, eine ältere Nicole Kidman-Version ist da. Sie ist die Tochter des Mannes, der da verstorben ist. Und es scheint so zu sein, erst der Tod des Vaters ermöglicht ihr jetzt das Begehren. Marianne sagt dann zu Tom Cruise, ich liebe sie so. Und Tom Cruise kann das gar nicht verstehen. Er sagt, wir beide kennen uns doch gar nicht. Aber eigentlich wird hier nochmal das ausbuchstabiert, was Nicole Kidman beschrieben hat. Eigentlich ist das nur nochmal das Verhältnis überkreuzt. Nun ist Tom Cruise so etwas wie der Marineoffizier. Und sie weiß auch zugleich um die große Peinlichkeit, die in dem Geständnis liegt. Und sie sagt, sie dürfen mich nicht verachten. Und dann macht Sandy Kubrick etwas Wunderbares. Er lässt eine Tom Cruise-Version noch eintreten. Es ist der Mann dieser Frau ein nicht so attraktiver, etwas älterer Tom Cruise. Wir sind wieder im Freien. Tom Cruise rennt durch die Straßen und dort begegnet er einer Gruppe von Jugendlichen. Und diese Gruppe erinnert nicht zufällig an Alex und seine Trucks aus A Clockwork Orange. Das war auch schon eine verunsicherte Männlichkeit. Und diese ist jetzt umgeschlagen in Homophobie. Homophobe Angriffe muss dann Tom Cruise über sich ergehen lassen. Jetzt gibt es den zweiten Anlauf. Er trifft eine Prostituierte. Sie ist quasi die vulgäre Nicole Kidman-Version. Wollen wir uns das ein bisschen nett machen, fragt sie. Er kommt dann mit zu ihr. Es sind eher ärmliche Verhältnisse. Tom Cruise ist hier in einer fremden Welt. Aber er vermag diese fremde Welt nicht mit einer exotischen, erotischen Fantasie aufzuladen. Er fragt dann, was würden sie mir denn jetzt empfehlen? Also welche sexuellen Dienste? Und sie antwortet sehr klug, ich will es nicht in Worte fassen. Sehr klug, da das eigentliche selbstverständlich unaussprechlich ist. Das heißt nicht, dass irgendetwas, wenn wir sagen, man kann es nicht in Worte fassen, einfach verschweigen. Sondern es kann gar nicht gesagt werden, weil sich das Sexuelle auch immer der Sprache entzieht. Die Sprache kann das Sexuelle nicht vollkommen abbilden. Er kann aber dann, nachdem er einen Anruf seiner Frau bekommen hat, eben den Akt hier nicht vollziehen. Er flüchtet sich in die Jazz-Kneipe, trifft dort Nick Nightingale, einen ehemaligen Kommilitonen, der inzwischen einen alternativen Lebensentwurf zu Cruise pflegt, nämlich als Musiker. Er hat sein Medizinstudium abgebrochen und dann ist eben Tom Cruise es, der erfährt, dass es da eine merkwürdige Orgie gibt, die er gerne besuchen möchte. Eigentlich darf er nicht, aber dann bekommt er gesagt, er braucht erst einmal ein Kostüm. Tom Cruise glaubt jetzt nun, diese merkwürdige, geheimbündlerische Orgie, die kann ihm wirklich das geben, was er will. Hier findet er sein Begehren und hier wird er sein Begehren befriedigen können. Aber zunächst einmal geht es auf eine lange Kostümsuche. Es gibt langwierige Dialoge mit dem Kostümverleiher, die schäbige Umgebung des Ladens kommt dazu. Ist hier Kubrick einfach ein bisschen langweilig? Will er uns ärgern? Was hat er vor? Nein, Kubrick zeigt hier die lächerliche Anstrengung, unser sexuelles Begehren zu stillen. Man könnte das ein bisschen runterbrechen und sagen, es ist ein bisschen wie die lästige Vorbereitung auf ein Date, sich fertig machen, sich rasieren, Kondome kaufen und so weiter und so fort. Es ist die Kleinlichkeit des Alltags, die dem Sexuellen entgegensteht. Man guckt, fährt auch noch eine U-Bahn zurück, wenn das Date zu früh enden sollte und so weiter. Genau diese Kleinlichkeit des Alltags, die der sexuellen Größe gegenübersteht, die will Kubrick hier einmal richtig schön vor uns auswälzen. Und dann begegnet er hier einer dritten Version von Nicole Kidman, einer Lolita-Version. Es ist die minderjährige Tochter des Kostumverleihers, aber auch mit ihr kann Tom Cruise vielleicht aus moralischen Erwägungen, was auch immer, nicht wirklich etwas anfangen. Dann bricht er auf zu diesem geheimen Ort, zu diesem monumentalen Anwesen. Es ist die vierte Station jetzt und dort sind unendlich viele Frauen. Nightingale sieht man dort, wie er mit verbundenen Augen E-Orgel spielt, was das Ganze schon alles wieder ein bisschen banalisiert. Es hat etwas Lächerliches, das in diesem hochherrschaftlichen Hause auf einer E-Orgel rumgespielt wird. Sex wird aber zugleich als ein quasi religiöses Ritual aufgeführt. Was Kubrick uns hier zeigen will, ist, Sex hat eigentlich nicht was mit Spaß haben, mit Fun zu tun, sondern es liegt eine große Ernsthaftigkeit darin. Was aber soll man da jetzt zeigen, beziehungsweise was sieht Tom Cruise jetzt da? Er fragt sich eigentlich mit seinen Blicken, und das soll es jetzt sein? Ja, das soll alles gewesen sein? Man denkt unwillkürlich an den Satz von Karl Krauss, der Beischlaf hält nicht, was die Onani verspricht. Das heißt, es gibt irgendwie eine Enttäuschung auch bei uns Zuschauern. Das ist nicht diese fulminante Orgie. Das hat etwas sehr Aseptisches, was wir da sehen. Und warum wird Tom Cruise eigentlich erkannt? Nun, er fügt sich nicht in die herrschende Ordnung wirklich ein. Es ist die subtilste Form des Ausschlusses, die wir hier erleben. Es sind lauter geheime Codes offenbar, die signalisieren, diese Person gehört nicht hierhin. Und wir haben es vielleicht in geringerem Maße alle schon mal in Clubs oder auf Partys erlebt. Es ist nicht so, dass wir dort eine vollkommene Gesetzlosigkeit haben. Nein, es gibt dort ganz, ganz klare, grausame Spielregeln, die aber unausgesprochen sind. Und wer diese nicht befolgt, der gehört nicht dazu. Nach diesem traumatischen Ereignis bei der Orgie, eine Frau hat sich für ihn geopfert, damit er überhaupt dort wieder fort kann, ist Tom Cruise zurück in seiner Wohnung. Seine Frau erzählt ihm dann von einem erotischen Traum. Sie will ihn demütigen. Wieder ist der Marineoffizier aufgetreten und sie hatte Sex mit unendlich vielen Männern. Das Erträumte scheint hier viel intensiver zu sein, als das, was Tom Cruise in der Wirklichkeit erlebt hat. Am nächsten Tag geht die Suche nach dem Begehren weiter. Es ist eine diffuse Geschichte um Nightingale, die Tom Cruise dann erst einmal verfolgen muss. Er ist dann wieder bei dem Kostümverleiher, bekommt die junge Tochter jetzt ganz direkt, ganz explizit offeriert. Dann ist er wieder auf dem Weg in die Praxis. Die Handlung ist jetzt etwas chaotischer. Sie ist nicht mehr so geordnet. Die Stationen haben sich jetzt ein bisschen verdreht. Das will Kubrick uns zeigen, wie chaotisch eigentlich die Sexualität ist. Und Tom Cruise sitzt dann in der Praxis und er kommt dann auf die Idee, dass man jetzt noch einmal zurück zum Anwesen kann. Das Tor aber, wo die Orgie stattfand, das ist verschlossen. Bei Tageslicht sieht das Ganze schon etwas banaler aus. Nur ein merkwürdiger alter Herr überreicht ihm einen Brief, dass er nie wiederkommen soll. Er geht zurück zu Nicole Kidman. Er sieht sie dort beim Hausaufgabemachen mit der Tochter. Und jetzt bekommt er eine typische männliche Fantasie nicht zusammen. Zum einen sieht er hier die Mutter und zum anderen hört er aber noch von der letzten Nacht die Beichte aus dem Traum, dass sie mit unendlich vielen Männern geschlafen hat. Also sich die Frau, die Ehefrau als Mutter und als sexuelles Wesen vorzustellen, fällt ihm nun plötzlich unendlich schwer. Er bricht wieder auf in die Praxis und dort überlegt er, ob er jetzt einmal doch die ältere Version von Nicole Kidman anruft, die ja nicht mehr so sehr um den Vater vermutlich trauert. Jetzt könnte er sich ihre annehmen. Er ruft an, aber wer hebt dann ab? Es ist der Ehemann. Es ist quasi das alte Ego von Tom Cruise. Dann der letzte Versuch, noch einmal zu der Prostituierten zurück. Aber die Prostituierte ist nicht da, sondern nur die Freundin, die auch eine Prostituierte ist. Und sie sagt ihm dann, als sie sich eigentlich schon näher kommen, dass sie ihm doch etwas mitteilen muss. Scheinbar, es könnte hier einmal wirklich klappen, dass sie jetzt Sex haben, dass er sein sexuelles Begehren hier gefunden hat und stillen kann. Er überredet sich geradezu dazu. Und man sieht auch, dass hier Tom Cruise jetzt noch einmal Tom Cruise spielt, wie wir ihn aus seinen Filmen kennen. Er grinst, er sitzt breitbeinig da, aber dann muss die Freundin da etwas erzählen. Sie sagt, naja, du hast ja da gestern hier meine Mitbewohnerin getroffen. Sie hat heute ihre Bluttests bekommen. Sie ist HIV-positiv. Und nun schlägt also der erotische Körper um in den medizinischen Körper. Das ist ein ganz wichtiger Diskurs in diesem ganzen Film, dass immer wieder diskutiert wird, ob zum Beispiel Tom Cruise ein sexuelles Begehren hat gegenüber seinen Patientinnen, wenn er beispielsweise deren Busen abtastet und er leugnet das. Und ich glaube, er lügt seine Frau nicht an. Denn man kann hier sehen, dass eben nur diese Diagnose, dass da eben positiv auf HIV getestet wurde, dafür sorgt, dass er jetzt nicht mehr länger den Sexakt vollziehen kann. Er muss also wieder hinaus. Für einen Moment konnte er an seine Männlichkeit, bevor er das Geständnis hörte, mit dieser Prostituierten wieder glauben. Und das ist etwas sehr, sehr Erstaunliches, was wir hier von Kubrick dargelegt bekommen. Etwas, das die Psychoanalytikerin Alenka Zupanschik sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Sie sagt, Weiblichkeit, das ist eine Maske. Aber Männlichkeit, das ist eine Glaubensfrage. Was hier gesagt wird von Zupanschik ist, etwas fehlt immer. Man ist eigentlich nie ganz Mann oder ganz Frau. Als Frau, dann da trägt man die Weiblichkeit als Maske. Als Mann, da glaubt man daran, ein Mann zu sein, wenn es dann gelingt. Tom Cruise ist wieder auf der Straße. Aber nun überzieht Kubrick das Ganze, diese ganze Draußenszenerie, diese Straßen mit so etwas, was ich als zarten Realismus, zarten Surrealismus bezeichnen würde. Es ist nicht ganz die Wirklichkeit. Es ist New York, aber leicht verschoben. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass das Ganze kippt in ein Bild von René Magritte oder Salvador Dalí. Und er wird da auch von einem merkwürdigen Mann verfolgt, der so auf einem Magritte-Gemälde vorkommen könnte. Aber was verfolgt ihn da eigentlich? Ist es ein gesellschaftliches Verbot, irgendeine Konvention, die sagt, du darfst nicht? Oder es ist etwas Inneres in der Sexualität selbst, das sagt, du darfst nicht? All das bleibt offen. Tom Cruise erfährt dann, dass die Frau, die sich für ihn geopfert hat, wirklich tot ist. Er betrachtet die Leiche im Krankenhaus. Hier sieht er auch wieder nur den medizinischen, nicht mehr den sexuellen Körper. Er sucht dann Sidney Pollack noch einmal auf und lässt sich alles erklären. Und Kubrick entfaltet dann einen sehr schematischen, sehr dürftigen Krimi-Plot. Er klärt das alles so ein bisschen auf. Nein, es war so und so und so. Und eigentlich ist da überhaupt kein Mysterium drin. Was uns hier gesagt werden soll, das, was du letzte Nacht da erlebt hast und was ihr Zuschauer erlebt hat, das ist doch eigentlich völlig banal. Wir auch, wir uns dabei beobachten können, dass der Sexakt, würden wir ihn von außen beobachten, den eigenen, als vollkommen banal empfinden. Man wäre fast gewillt, mit Alex zu sagen, es ist das bloße Rein-Rauss-Spiel. Und doch ist es ein Mysterium, das Kubrick dann plötzlich noch einmal mit voller Wucht in den Film bringt. Als Tom Cruise wieder zu Hause ankommt und er eigentlich in so einer post-coitalen Traurigkeit ist, dass das doch alles so nichts war. Es ist alles so lapidar. Da sieht er auf dem Kopfkissen neben seiner Frau die Maske, die Maske von der Orgie, die er nicht mehr finden konnte. Wie kommt die Maske dahin? Kubrick erklärt das natürlich nicht. Alles zuvor Erfahrene, gerade die Erklärung von Pollock, alles wird damit wieder negiert. Es ist die Durchkreuzung des Rationalen. Das symbolisiert die Maske. Die Sexualität bleibt, will uns Kubrick sagen, ein großes Rätsel. Ice White Shut ist ein Film über die Kompliziertheit des Begehrens und über die Unmöglichkeit, es ganz zu stillen. Immer ist da irgendetwas im Wege, immer stört irgendetwas. Und das Schlimmste, wir wissen oft gar nicht genau, was wir begehren sollen. Was wir begehren wollen. Ja, es ist so, dass man heute ständig diesen Diskurs hat, man muss mal artikulieren, was man wirklich will. Man muss seine Bedürfnisse, sein Verlangen artikulieren. Natürlich kann man konkrete Wünsche äußern. Ich würde mal gern mit zwei, drei, vieren oder mal so und so und so. Aber damit ist eigentlich nicht alles gesagt. Ganz im Gegenteil. Was Kubrick hier tut, ist heute mehr denn je politischer Sprengstoff. Kubrick verteidigt die Psychoanalyse nach Freud und mit ihr den Sex als etwas nicht aufzulösendes und nicht ganz Erklärbares. Nicht aufzulösen in Liberalisierung und Historisierung. Der Text von Schnitzler ist von 1925. Er spielt aber um 1900, aber auch nicht so ganz. Und nun ist das Ganze verlegt in die 90er Jahre. Ja, geht das überhaupt? Der Co-Drehbuchautor von Kubrick, der war entsetzt und sagte, die Geschlechterverhältnisse hätten sich doch ganz, ganz geändert. Und Kubrick sagte, wirklich? Also er hätte nicht den Eindruck. Was hier deutlich wird, ist, der heute vorherrschende Diskurs über Sex, der meint, wir müssen die bürgerlichen Moralvorstellungen überwinden. Wenn wir uns für alles offen zeigen, dann werden wir befreite Sexualität erleben. Wir haben es eigentlich immer nur mit historischen Konstrukten zu tun. Wenn wir diese als Konstrukte erkennen, dann können wir uns davon befreien und dann können wir wirklich die Sexualität im vollen Umfang genießen. Dem widerspricht aber die progressive Psychoanalyse, zum Beispiel die Psychoanalytikerin Alenka Czupanczyk in ihrem herausragenden Buch Was ist Sex? Sie sagt, es gab natürlich die Ablehnung der Konservativen gegenüber der Psychoanalyse, der Moralapostel, die sagen, wir wollen das alles nicht so wissen. Aber sie sagt, diese Form des Widerstands gegen die Psychoanalyse, die sich über ihre Obsession mit schmutzigem Zeug entrüstete, war nie die stärkste und wurde vom voranschreitenden moralischen Liberalismus sehr schnell marginalisiert. Viel verstörender war die These vom immer problematischen und ontologisch unsicheren Charakter der Sexualität selbst. Den Viktorianern, die Sex ist schmutzig riefen, antwortete Freud nicht etwa, nein, er ist nicht schmutzig, er ist nur natürlich, sondern so etwas wie, was ist der Sex, von dem ihr sprecht? Die Psychoanalyse kann nämlich genau das gar nicht so genau beantworten und das ist das wirklich Verstörende. Klar, wir können sexuelle Praktiken benennen, artikulieren, alles gut schön, aber der Skandal der Psychoanalyse liegt in etwas anderem, nämlich darin, dass man die Sexualität nicht einfach mal so liberalisieren kann und dann ist man befreit und zugleich kann man auch nicht sagen, Sex ist gar nicht so wichtig. Zupanzig schreibt, beide Möglichkeiten, nämlich die gerade geschilderten, lassen keinen Raum für die Psychoanalyse, weil die Psychoanalyse die Unmöglichkeit vollständiger sexueller Befriedigung und zwar in der Abwesenheit aller äußeren Hindernisse als konstitutiven und integralen Teil der unbewussten Sexualität als solcher betrachtet. Das heißt also, in der Abwesenheit äußerer Hindernisse, also wo eigentlich jetzt die moralischen Konventionen oder so schon keine Rolle mehr spielen, da ist es eben die Unmöglichkeit vollständiger sexueller Befriedigung als konstitutiver und integraler Teil der unbewussten Sexualität als solcher. Und genau das ist es. Dieses zu schildern ist es, was Kubrick hier in Eisweitschatt unternimmt. Und das ist wirklich ein gigantisches Unterfangen, das ihm aber tatsächlich glückt. Und es ist eine geniale Idee, Tom Cruise zu besetzen, weil Tom Cruise immer als der sonst inszeniert wird, der alle, der alles haben kann und es hier eben nicht bekommt, weil er noch nicht mal genau weiß, was er haben will. Und es ist eine geniale Idee, dieses Traumpaar von damals zu nehmen, weil die Boulevardpresse natürlich sagt, klar, das ist doch wirklich die Fantasie, wenn sie Realität wird. Wie gigantisch muss das sein? So ein schönes Paar. Und Kubrick zeigt, selbst wenn man Tom Cruise und Nicole Kidman ist, selbst wenn man zusammen ist, dann ist das große sexuelle Problem damit nicht gelöst. Und dann gibt es noch diesen rätselhaften Titel, Eisweitschatt, die Augen weit geschlossen. Sehen und nicht sehen fallen hier zusammen. Und das gilt eben für die Sexualität. Wir verschließen die Augen, um den anderen wirklich sehen zu können. Oder wir sehen in den Spiegel wie Nicole Kidman, damit wir uns und nicht den anderen betrachten müssen. Aber gilt eben dieses Eisweitschatt, nicht auch für das Kino? Wir gehen ins Kino, verschließen vor der Wirklichkeit da draußen die Augen, um sie durch die Fiktion auf der Leinwand sehen zu können. Damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020